herzlich willkommen zu harry potter und freunde wir spielen mal wieder die jahre 1 bis 4 und wir gucken jetzt was hier drin ist ich glaube on chips on schütze oder so ja okay die brauchen wir natürlich noch nicht denn wir müssen erstmal hier den fast kopflosen nick hier verfolgen im letzten part haben wir fliegen gelernt und wir sind jetzt den raum den hatten wir schon oder ja habt mir schon genau fliegen gelernt und wir haben nun was soll können wir jetzt auch benutzen sehr schön und jetzt sind wir hier jetzt sind wir hier und hier geht es natürlich wieder zur sache denn ich glaube wir befinden uns jetzt langsam auf dem weg nach heck wird und das ist immer cool nach heck wird zu gehen ja auch wenn ich persönlich wenn ich das schüler werden nicht wirklich hätte ich lust zu heck mitzugehen weiß ich nicht denn ich würde viel viel lieber schloss erkunden tatsächlich als die hütte von heck wird meine da kann man dann auch mal hin für einen tag oder so war das ist eine wand okay was mit euch denn hier los okay wir haben hier auf jeden fall schon mal ein knochen ich weiß gerade nicht mal ganz genau wie wählen bekommen weil ich habe da ich nicht so gut aufgepasst habe sage ich mal so okay sage ich mal so vielleicht finde ich ja noch einen weg das ist vielleicht harry potter teil fünf noch irgendwie da spielen kann meine wie die müsste ich glaube ich noch haben irgendwo ist ja so cool weil das war echt so cool dieses spiel ach man nintendo bitte dann lasst du schon mal hier verzaubern es wird glaube ich eine kanone oder so es sieht aus wie herminis seit den sie bleibt mal stehen hallo da ist was im gebüsch versteckt habe ich gesehen habe ich gesehen und jetzt wollen wir noch dieses pflanzen ding haben wir noch eine pflanze irgendwo hier hinten ich sehe schon wow super versteckt hier hallo geh mal weg mit deinen lumos hier die ganze zeit hier bin gardium liviosa ist das shit nicht lumos so bitteschön jetzt trinken jetzt werden wieder bärenstark super 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 und ziehen wir mal hier was ich will da weg gehen leute ich wollte schon sagen oh fledermäuse guck mal erst jetzt können die schüler nach äh nach heckwirt gehen ist das nicht was tolles was ich jetzt hier gemacht habe und das lustige ist hier sind ja schon leute ist ja auch wieder so warte wie kann ich da oben so ist hier oben da noch was oh 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 hier oben ist sogar noch was so gucken wir hier auch nochmal hier ist auch ganz schön oh 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 okay wir gehen mal wieder runter äh wie die anderen hier rüber kommen sollen weiß ich nicht wir können mal gucken achso ich kann die brücke auch reparieren okay sehr schön Leute ihr könnt rüber kommen kommt mit ach er freut sich das ist ja schön dass er sich freut schüler in gefahr wäre schöner gewesen kann ich hier eigentlich runterspielen oh go es sah kurz aus als ob ich es konnte also hier sieht es so aus kurze panik gab es ja in der tat der stein hier die kommen mir sehr sehr spanisch vor ach wir gehen wir gehen direkt quidditch spielen okay okay da kommt die witterwolke äh ja mach mal da oder gehe ich dafür irgendwas ne ne dafür habe ich glaube ich nichts bekommen dafür dass ich diese ne ne bekomme ich nichts okay wir können weiter gehen hier können wir die fahnen aufstellen die geben uns sogar was oh mein gott fünf stück und vier. Okay. Müssen wir hier Fahnen suchen. Ich meine, hier stehen schon sehr, sehr viele am Anfang. Ja. Drei von vier. Vier von fünf und vier von vier. Vier von vier. Okay. Partner ist das, glaube ich. Ja. Partner am Partie. Die war ja in dem Film in dem Film war sie, glaube ich. Gryffindor. Aber in den Büchern ist The Ravenclaw, glaube ich. Oder andersherum. Irgendwie so. Irgendwie so. Was machen die jetzt, diese Besen? Die fliegen einfach weg. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, was... Da könnten wir irgendwas hinmachen. Oh. Hier. Plakate. Ah, die machen wir hier hin. Ach so, ein Trampel. Ach, dass er runter kann. Oh. Ach. Schülle in Gefahr. Super. Wow. Er ist jetzt höher runtergesprungen, ja. Als der Sprung hier. Schaut euch das mal an. Hier. Eins. So. Wartet. Das müssen wir uns... Hallo? Ich komme da nicht mal hoch. Ah. Doch. Er ist hier runter. Eins. Zwei. Guck mal. Da fällt er viel, viel länger, als wenn er da normal runtergegangen wäre. Na ja. Ist seine Sache, Leute. Ist seine Sache. Nicht meine. So, was haben wir hier? Katie Bell. Cool. Oder war es Katie? Ich glaube, Katie war immer... Oder? Ich hab... Oh Gott. Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange her, Leute. Äh. Okay. Machen wir einfach das mal hier. Äh. Was haben wir hier noch? Rechts. Boah, ist das groß hier. Diese Anlage hier. So. So. Du bist ja mit Decke drauf. Okay. Eine Alraune. Oh. Oh. Da muss ich mal ganz, ganz schnell weg. Was machen die hier? Ich meine, wir können mal gucken. Wir können mal hier Raketen reinfeuern oder so. Ich bin mir noch nicht sicher, was das ist. So. Bitte schön. Und nochmal. Guck mal. Äh. What the fuck? Ach, Popcorn. Ah. Jetzt hab ich's erkannt. Jetzt hab ich's erkannt, Leute. Oh. Da kam was raus. Ein Ravenclaw, Junge. Super. Ich glaube, ich war noch nie hier in dem Spiel im Ravenclaw GM drin. Gemeinschaftsraum. Ich glaub nicht. Oh, Leute. Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Ah. Ganz, ganz dringend. Oh. Oh. Leute. Ich bin wieder unten. Ich bin runtergefallen, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nochmal, bitte. Jetzt. Ich habe euch nicht vertraut, dass ihr es hinkriegt. Jetzt. Uh. Ah, cool. Hui. Sind wir da drin nicht gefangen? Ah, ne. Er macht das jetzt kaputt, oder? Ne. Aber ich würde da gerne rein. Bin ich dann gefangen? Ach, ne. Bin ich gar nicht. Goll. Cool. Cool, 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 cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir hier schnell rein. Hallo. Danke. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, fliegen die gut. Okay, jetzt ich. Ah. Aha. Wow, hier fliegen ja viele. Ja. Wuhu, hallo. Oh. Ich habe Süßigkeiten. Schau mal, lieber auf Harry. Nicht auf das Essen. Haha. Tada. Hui, hui, hui. Oh. Ach, Gott. Oh, oh, oh. Ach, da ist der Schnatz. Den schnapp ich mir. Ah, 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 ah. Mein Besen, mein Besen, ah, Hilfe. Okay. Wer verzaubert ihn? Sieht aus wie ein Zauber. Hä? Da. Oh, Snape. Snape. Der spricht da was. Komm, schnell. Wir müssen da was unternehmen. Wir müssen da was unternehmen. Peng. Kaputt mit dir. Und hier haben wir noch eine Fahne. Oh, 1 von 7. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also gefühlt habe ich dieses Level am öftesten gespielt, weil das war so ein Level, da kann ich mich einfach wirklich komplett erinnern, ja, dass das hier existiert. Da wäre ich schon beim Troll, äh, fast versagt, wenn ich mich gefragt hätte, welche Level gibt es denn bei, in dem Spiel hier überhaupt. Hätte ich gesagt beim Troll, ne, ne, Troll weiß ich gar nicht. Ich glaube, den gibt es nicht. Aber das Level hier, oh, das, das fand ich immer, ne, warte mal, ich glaube, das war Level 2, was ich so in Erinnerung habe, also Stufe 2, äh, hier, nicht Stufe 2, Klasse 2, das war nämlich heftig, mit Dobby, ey, das war echt, oh, nervig, a little bit nervig, Leute, a little bit. Boah, Alter, wie viel kriegen wir hier denn? Oh, ui. Die Quidditch, oh. Hey, wie, wie kommen wir denn, ach, da ist ein Besen. Okay, Hermine, du schaffst das, das machst du sehr, sehr gut. Oh, da oben war was, haben wir gemacht, sehr schön. Da oben war da auch was, oder? Bin mir nicht sicher, egal. Egal. So, was ist jetzt hier los? Achso, da geht's weiter. Äh, das da unten kann ich, glaube ich, auch an, genau. So. Dich machen wir ja mal kaputt und dich können wir aufstellen. Super, 3 von 7. So, irgendwie, okay, alles klar. Äh, sehr schön, sehr schön. Oh, Kretze, kriegt wieder einen Auftritt. Das fass ich ja nicht. Das ist eigentlich der mit der Tasse, ich weiß es auch nicht. So, Kretze. Oh, ich sehe gerade, wir müssen hier noch, nee. Hallo, nee, ich will, genau, ich will das hier haben. Danke. Das hier kommt nach da hinten. So. Und das kommt nach hier unten. So. Kretze, jetzt darfst du. Jetzt darfst du da herumlaufen. Äh, wir müssen natürlich hier unten. Nein. Bin ich überhaupt drin? Sieht so komplett falsch aus. Ach, Mann, ey. Ah, eine Ratte. Ah, eine Ratte. So. Oh, oh. Okay. Das ist Raven Floating. Das schnappen wir uns auf jeden Fall gleich. Kann ich hier eigentlich auch was machen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, Hermine, lass mich mal. Ich bin hier Profi, bitte. Ich bin Profi. So, wir müssen da hochkommen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie bauen, dass wir da hochkommen. So. Meint ihr, das ist schon gut? Oh, es ist viel, viel weiter links. Ist ja hier wieder. Oh, ich habe immer ein bisschen Angst, dass es einstürzt, aber es stürzt nicht ein. Es stürzt nicht ein. Ja, ich habe es. Oh, super. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Und hier kommen wir, glaube ich, sogar so hoch, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Dann muss ich das jetzt hier kaputt machen. So. So. Das brauche ich. Du kannst mal nach da hingehen. Super, das reicht schon. Das. Hallo. Schieb mich nicht immer weg. Alter. Wieso ist da oben jetzt dieses Teil? Ach, Alter. Okay, dann. Achso. Ach, Mann. Jetzt habe ich verkackt. Nee, hallo. So hoch. Und rein da. Sehr schön. So. Ach, dieses Teil da oben. Okay. Ich muss hier weg mit dir. So. Danke. Endlich. Puh. Ich würde sagen, das Level hier, das machen wir noch eben zu Ende. Bevor wir jetzt hier aufhören. So. Hier sind irgendwelche Besen. So. Ihr könnt losfliegen. Und ich baue hier was Schönes. Und zwar einen Schrank für mich. Weil den braucht man manchmal. So. Trankmond. Hexe. Trankmond. Hexe. Stern. Oh. Okay. Oh, eine Axt. Uh. Was ist eigentlich mit dem? Da hast du, den können wir nicht befreien. Dafür sind unsere Zauber noch nicht gut genug. Oh. Fahne schwenken. Oh Gott. Nee. Dazu will ich nichts sagen. Dazu will ich mich doch nicht äußern, Leute. Und was macht der Typ da oben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird da gleich jemand sauer hier. Ja, komm, drück. Oh, tschüss. Tschüss. Hihi. Hihi. Gut gemacht. Ja, ja. Du bist sehr, sehr stark. Wie auch immer du bist. Wie auch immer du bist. So. Sechs. Okay. Irgendwo müsste noch einer sein. Und zack. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Oh, hier ist keiner. Oh. Dann haben wir irgendwas verpasst. Da müssen wir an allen anderen mal nochmal vorbeischauen. Wenn wir wirklich die 100% machen wollen. Oh. Oh. Ah. Hier geht es noch weiter. Aber rechts war noch was. Ich würde ganz gerne nochmal runter. Da. Das würde ich noch ganz gerne machen. So. Super. Einfach nur fürs Gefühl. Einfach nur fürs Gefühl. So. Das ist eine schöne Treppe. Kann ich da eigentlich so hochlaufen? Ja. Cool. Kann ich sogar. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Mond. Hexe. Trank. Sterne. Mond. Hexe. Trank. Sterne. So. Achso. Machen wir mal da hin. So. Und hier. Sehr schön. Sehr schön. Wir gehen natürlich hier erstmal gucken. Was wir hier machen können. Wir können nämlich hier noch vieles kaputt machen. Tatsächlich. Da haben wir auch noch was. Da haben wir auch noch was. Da aber nicht. Okay. Mit euch kann man eh nichts machen. Deswegen. Ihr seid ein bisschen useless. Da haben wir noch ein Spinnennetz. Das bringt uns aber jetzt auch nicht allzu viel. Weil es eh immer wieder hinkommt. Wir haben ja auch keine Fahne mehr. Habe ich echt eine Fahne übersehen? Oh. Das finde ich aber nicht so cool. Das finde ich ja jetzt nicht so toll. So. Raketen. Ne. Ihr auch nicht. Ihr wollt nicht. Oh. Jetzt aber. Jetzt wollt ihr aber. Butsch. 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 Sehr schön. Sehr gut gemacht. Wir machen das Spinnennetz dann noch weg. Und dann. Was ist das glaube ich? Mit dem Level hier. Dann gehen wir mal hier vorbeigucken. Incendio. Was? Oh. Ah. Ah. Endlich. Ich kann wieder fliegen. Okay. Super. Da ist der Schnaz. Ich muss den schnappen. Ah. Aua. Haha. Daneben. Oh. Mädchen fight. Yeah. Oh mein Gott. Ah. Ah. Harry Potter hat den Schnaz gefangen. Und somit Gryffindor gewinnt. Wuhu. Wuhu. Super Leute. Ja Leute. Haben wir geschafft. Wir haben zwar nur das Ravenclaw-Dings bekommen. War der Zauber. Haben wir glaube ich auch nicht alles. Ne. Haben wir nicht. Habt schon selbst gemerkt. So ein bisschen nachlässig waren. Aber ist mir gerade auch ein wenig egal. Na. Steine gesammelt. Ah. Fast 300.000. Von der Steine haben wir auch wieder einen dazu bekommen. Ist auch sehr schön. Ach ja. Zwei so. Ne. Einen nur. Okay. Und. Dann würde ich sagen. Wir gehen erstmal zum Topf in den Kessel wieder zurück. Und wir sehen uns dann. Morgen wieder. Bis dann. Euer Kimicho. Haut rein. Und ciao. Äh.